Kontrolle, Alana! Alana! Das reicht, du, da! Übernimmt deine Wut erst einmal die Kontrolle über dich. Wird sie dich eines Tages zerstören. Alana! Wir zeigen es ihr. Ja? Unser schöner Planet. Wird nach und nach überbevölkert. Mir stellt sich die Frage, ist es fair, mit denen zu teilen, die am Drang sind? Los, runter! Held über den Kopf! Sollen sie sich doch gegenseitig umbringen? Erleichtert uns die Arbeit. Warum arbeiten sie eigentlich noch nicht für Prajoko? Weil er mit seinem Geld nicht jeden kaufen kann. Das ist ein Haufen Kackelappen, die zum Wohle dieses Landes ausgerottet werden müssen. Was, wenn ich mit Nein antworte? Nein! Ich wüsste gern, wer sie eigentlich ist. Was hab ich da nur getan? Wir müssen dir etwas Wichtiges erzählen. Jager Bumi, so bezeichnen wir unsere Gruppe. Wir sind ständig damit beschäftigt, die Nachkommen der Göttin Asi aufzuspüren und sie nach allen Möglichkeiten zu schützen. Ich kapiere noch nicht ganz, wieso sie mir das erzählen. Du bist die nächste Inkarnation von Asi, der Göttin. Du bist gar nicht mal schlecht für ein Mädchen. Wenn all ihre fünf Kommandeure auferstehen würden, wir glauben, dass er der Dämonengeist sein muss. Der böse Geist, er besetzt ihn mit Hass. Was haben wir das zu bedeuten? Antwort dir! Komm schon! Ist ja gut jetzt. Mach dich locker.